Attila Hörbiger war ein österreichischer Schauspieler. Er spielte von 1935 bis 1937 und von 1947 bis 1951 den Jedermann bei den Salzburger Festspielen und war, laut Max Reinhardt, der beste Darsteller dieser Rolle. Leben Attila Hörbiger war der Sohn von Hans Hörbiger, der Bruder von Paul Hörbiger, ab 1935 der Ehemann von Paula Vesely und der Vater von Elisabeth Ort, Christiane Hörbiger und Maresa Hörbiger, der Großvater von Cornelius Obunja, dem Sohn von Elisabeth Ort, sowie der Großonkel von Maevi Hörbiger und Christian Tramitz. Hörbiger übersiedelte 1903 mit seinen Eltern nach Wien. Von 1906 bis 1914 besuchte er das Stiftsgymnasium St. Paul im Lavantal, wo er erste Schauspielerfahrung sammelte. 1919 gab er sein Bühnendebüt in Wiener Neustadt. Danach spielte er an der Schwäbischen Volksbühne in Stuttgart, 1920 in Bozen, 1921 am Raimundtheater in Wien, Bad Ischl und 1922 am Stadttheater Reichenberg, 1923 in Wien an der Jarnobühne, 1925 in Brünn und von 1926 bis 1928 am Neuen Theater in Prag. Hörbiger war von 1928 bis 1949 am Theater in der Josefstadt in Wien engagiert. Ab 1950 bis 1975 war er Ensemble-Mitglied des Wiener Burgtheaters. Am 15. Oktober 1955 spielte er aus Anlass der Wiedereröffnung des Burgtheaters den Rudolf von Habsburg in Grillpatzers König Ottokas Glück und Ende. Von 1935 bis 1937 und 1947 bis 1951 verkörperte er den Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Am 6. April 1974 spielte er bei der Burgtheater-Premiere von Nathan der Weise den Nathan, seine jüngste Tochter Mareza die Recher. 1985 stand Hörbiger als Winter in Ferdinand Raimunds der Diamant des Geisterkönigs zum letzten Mal auf der Bühne. 1986 wurde in der Ehrengalerie des Burgtheaters ein Porträt von ihm enthüllt. Attila Hörbiger war seit dem 14. Juni 1924 mit der Opernsängerin Consuelo Martínez verheiratet, 1934 kam es zur Scheidung, erst 1936 zur kirchlichen Annullierung der Ehe. Am 23. November 1935 heiratete er die Schauspielerin Paula Vesely. 1936 wurde Elisabeth Ort, 1938 Christiane Hörbiger und 1945 Mareza Hörbiger geboren. Nach dem Anschluss Österreichs trat Hörbiger der NSDAP bei. Zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Paula Vesely spielte er in Heimkehr, einem antipolnischen und antisemitischen Propagandafilm von Gustav Utschitschki aus dem Jahr 1941. Wegen seiner ausgeprägten NS-Propaganda ist dieser Film nach dem Ende des Dritten Reiches als Vorbehaltsfilm eingestuft worden. Schon davor drehte das Paar den Propagandafilm Ernte für das austrofaschistische Regime. 1987 starb Hörbiger nach einem Schlaganfall in Wien. Er liegt in Wien in einem ehrenhalber gewidmeten Grab auf dem Grinzinger Friedhof an der Seite seiner Frau begraben. Sein Enkelsohn Cornelius Obunia spielte von 2013 bis 2016 die Rolle des Jedermann bei den Salzburger Festspielen.